Im Energiewendelabor Ketzin wird nach Lösungen gesucht. Es geht darum, technische Ansätze zu erproben, die die Energiewende vorantreiben. Dabei kooperieren wir als Unternehmen aus der Wirtschaft mit Partnern aus der Wissenschaft. Um die fossilen Energieträger wie Erdöl oder Kohle zu ersetzen und den CO2-Ausstoß senken zu können, braucht es neue und innovative Lösungen. In Ketzin werden verschiedenste technologische Ansätze an einem Ort gebündelt. Bisher vorhanden sind eine Biogas- und eine Photovoltaikanlage. Und ganz in der Nähe befindet sich ein großer Windpark, die Nauener Platte, die bei windigem Wetter reichlich Stromüberschuss produziert. Weiterhin geplant ist die Errichtung einer Power-to-Gas-Anlage, die aus dem gerade nicht benötigten Strom grünen Wasserstoff erzeugt. Dieser wird in Zukunft unter anderem für die Mobilität eine entscheidende Rolle spielen. Es werden Lösungen entwickelt, mit denen Energie erzeugt, gespeichert, transformiert und transportiert werden kann. Zunächst sind es Lösungen im Kleinen. Was aber im Energiewendelabor funktioniert, wird sich in Zukunft auch in einem größeren Maßstab anwenden lassen. Und nicht zuletzt bietet auch die Nähe zu Berlin große Chancen, insbesondere was den Markt für Wasserstoff angeht. Auch die GASAG ist dabei. Sie fokussiert sich bei möglichen Wasserstoffanwendungen auf den Bereich der Strom- und Wärmeversorgung. Ziel ist, im Jahr 2030 den Betrieb des Berliner Erdgasnetzes mit einer Mischung aus Erdgas und 20% Volumen Wasserstoff zu realisieren. Im Haveland entsteht die Zukunft der Energieversorgung. gruppen Musik